Sommer, geiles, geiles Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was ich am schönsten finde am Sommer ist, du kannst draußen besoffen einschlafen und erfrierst nicht. Das ist so, das wollte die Schöpfung, dass das passiert und wir profitieren davon. Dann eine andere Geschichte, die ich super finde, meine Freundin fragt mich im Sommer nicht mehr, du findest du, ich sehe in dem Rock fett aus, sie sieht es jetzt einfach. Geht nicht? Man kann das dann noch so ein bisschen anschieben, das Ganze. Man kann noch irgendwie sagen, ja, findest du, das ist okay? Und dann sagt sie, ja, ich habe so einen kleinen Ring über dem Rock. Und dann kannst du noch sagen, ja, Rock am Ring ist doch cool im Sommer. Bäm, Streit. Hab ich nicht kommen sehen. Aber ein paar Sachen nerven so richtig am Sommer. Zum Beispiel Wespen. Was ist da los? Wespen braucht keine Sau, oder? Wespen sind einfach nur nutzlos. Bienen, okay, lass ich mit mir reden. Bienen geben Honig, die sind produktiv, die steuern was bei. Spinnen mag ich auch nicht, aber die fressen Schädlinge. Aber die Wespe, was macht die Wespe verdammt nochmal? Die Wespe ist einfach nur, die Wespe ist so nutzlos, ich glaube, das ist die Kathi Fischer des Tierreichs. Oder? Hat immer ihren schwarz-gelben Fummel an, läuft. Will man... Jetzt ist er da. Da freut sich aber einer. Der einzige Schalke-Fan im Raum. Gott, die Fischer. Schön, ne? Aber ein paar Wespen, muss man sagen, haben echt Disziplin, ne? Die fliegen nicht in den Winterschlaf, sondern drei Monate ins Fitnessstudio und kommen als Hornissen wieder. Das ist geil. Dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Ne andere Geschichte, die mir irgendwie so tierisch auf den Keks geht am Sommer, ist Grillen. Jedes Mal Grillen. Irgendwie Leute, die mehrmals täglich grillen gefühlt. Oder geht's morgens schon los beim Frühstück. Ja, aber machen wir heute. Alles mal grillen. Guck mal, es ist halb acht morgens. Ja, ist doch geil. Guck mal, ich mach dir ein Rib-Ei-Müsli. Hier mit Steinkohle-Milch. Ja, läuft bei euch. Ist geil. So, und dann kommt die Sonnencreme noch dazu, ne? Klar, Sonnencreme ins Gesicht ist auch immer super, ne? Und vor allem, ich muss ja Stärke 20 nehmen, weil ich einfach nur blass bin wie Dracula. Und das sieht dann auch immer total super aus, weil die zieht so scheiße ein. Und dann läufst du mit diesen weißen Flecken im Gesicht durch die Stadt und siehst aus, als hättest du einem ganz schlechten Bukake-Video mitgespielt. Erklärt euch mal bitte gegenseitig Bukake. Ich hab die Zeit nicht dafür, sonst würde ich's tun. Und wenn ihr's erklärt, dann erklärt aber immer direkt dazu, woher ihr's wisst, weil sonst wird's richtig peinlich. Dankeschön. Was für ein heiterer Spaß und noch viel mehr Spaß gibt es auf den anderen Videos. Bitte klicken.